Mit der AF Aktionspriorität folgt der Autofokus dem Spielgeschehen der gewählten Sportart. Es stehen Fußball, Basketball und Volleyball zur Verfügung. Der Autofokus erkennt relevante Spielzüge, zum Beispiel Pässe, Zweikampf, Kopfball, Ball- oder Körperposen etc. und steuert den Autofokus automatisch zum relevanten Motiv. So ist es möglich, bei wechselnden Aktionen dem Spielgeschehen auf dem richtigen Objekt zu folgen.